... ... ... ... Tobias! Tobias! Jaaaa! Diala! Da rein, geh! Dann essen wir's weg! Das ist die Sporninsel. Das ist die Sporninsel. Ja. Das Galactus. Die Dritte. Die Dritte. Ja. Einer unter uns, in der grünen Flüssigkeit, bekommst du drei zu toten Köpfe. Und die machen dich dann... ...dass du ein bisschen schneller dich bewegen kannst. Ich werde angeschafft, ich fasse es nicht. Hier, per so. Ein so'n Ding, ja, genau. Das ist süß. 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 Das steht direkt morgens bis zum Spiegel. Ja, aber mit einem Spermhaar. Spermhaar. Äh. Frischgezapter Morgel. Äh. So richtig reingewürgt, Alter. Äh. Äh. Dieses eklige Stück Scheiße, Alter. Ja, danke. Schau. Mikrozwillingskriegel. Äh. Es holen. Ich brauche noch was zum Schießen, Alter. Eine bessere... Eine bessere Sturm. Schauen wir mal. Oder nochmal so. Slashy-Kacks, Alter. Ja. Wie nix reagiert. Ja. Herrlich. Drückst du und 20 mal nach der Sinne, weißt du, er läuft einfach nicht nach vorne. Oh, gib mir mal den anderen Controller, bitte zieh den mal ab und... Oh ja, viel besser. Oh, jetzt höre ich Jessica nicht mehr. Die Einstellung ist zurückgegangen. Äh, ich stell gleich um. Hallo. Hallo. Eigentlich müsstest du jetzt so einen unbegrenzen Kopf zucken und Bein davon haben, Alter. Hier unten ist eine Buddel. Komm mal her, ich hab noch... Achtung. Hier, komm her, komm her. Jessie? Ich hab da direkt unter dir gewesen eben. Du musst nur zurückgehen wieder. Alter. Ich hab da noch eine Kiste. Alter. Anzeige ist raus. Ich will dich doch bloß... Ich hab alles gut. Alles gut behalten. Komm einfach verbratzen. Ich schmeiße hier nicht einfach so, Alter. Der nächste der hier kommt, Alter. Der verschleudern, Alter. So muss da. Der. Du musst da. ja manchmal kann das auch zum verhängnis werden zum 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 jetzt habe ich aber ich sagte das gesehen nein auch immer diese ecke immer diese ecken das ist die albieter tante nein ja hier geht das wenigstens nur schmüll drinnen alter ja oh ok ok ja 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 hier ist das kannst du da bist du genau ne double mp gold wirst du die nicht komm hier komm hier ja danke fliegt da noch eine es ist immer noch keine bessere sturmgewehr hier ne das ist ja ekelhaft was hast du da für ein sturmgewehr niskar in grau ja hier boah danke bitte oh ich bin mit muni voll gut ich habe kein medie mit ne ja ich bin auch schon mit drei flaschen rumgelaufen und habe trotzdem verloren weiß also du könntest auch mit vier flaschen rumlaufen dann müsstest du nur reich ab ja ich frau mir läuft einer oh null hitbox doch jetzt zum schluss ich weiß auch nicht was ich jetzt sagen wollte wegen reich achso vier flaschen ein reich vier flaschen ein reich ja langsam langsam piekt es hier hinten am steig so grad und dann aber von innen einfach ja aber was lege ich ab dafür was hast du denn ich eine flasche und 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 drei biggis wir sind auch noch mal handschuhe wissen noch eine goldene mp hier ich bin gut ausgerüstet und jetzt ich war gerade schießen ich lass mich dir auch noch anquatschen gut kaffeebecher weil der andere bächer heißt das bächer 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 da lag doch eine ja ach so ja ich muss die aufgabe da jetzt an dem siehst du genau ist fertig ja ich habe ich habe findestag industrie kaffeebecher blablabla und bringe kaffeebecher so super fernst du starte ich habe ich ja ein von zwei jahren ich habe mir nicht mehr weil direkt an der zone muss ich eine opfer für die gemeinde ja würde ich mit euch jetzt spielen um ein hero zu sein hier dann nimmt die die andere wieder und diese glitzer jetzt dazu sie könnte auch so getanzen aber weil sie denselben tanz hat kommen jetzt diese bunten glitzer sogar noch dazu 500 gekostet 5 euro damals irgendwann mal gekostet vor vier fünf sechs jahren oder so 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 Bist du das gewesen? Nein. Klar war es bloß. Nein, doch. Doch, das war es doch. Hä, warum? Weil ich auf Zielen gedrückt habe, aus Versehen. Ja, 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 und aus Versehen. Ich hatte das mit den Handschienen, aber schon mal saßen wir im Gebüsch, Alter. Dann habe ich eine losgelassen. Das ist noch gar nicht so lange her, weiß ich nicht, vorletzte Woche, glaube ich. Klo. Oh, es hat klingelt einen Moment. Hier. Ich weiß doch nicht, woher mit dem ganzen Scheiß hier. Was war los? Schon wieder zwei Pakete. Das ist, die eine ist die normale Version und das andere die mit dem Reitkopf. Steps unter mir. Danach sind keine Steps mehr unter mir. Mit dem anderen, reich schlacken Blüten, Alter. Ja, Mann. Hier, zwei Mann, drei Mann. Zwei vor mir, rechts. Vor mir zwei. Und rechts. Drohnen, die lassen. Zeugs frei. Oh, noch so in der Sitzkanner. Wo bist du hin? Ich habe eine Buddel halt. Da ist du, das. Ja. Da ist du, das. Da ist du, das. Da ist du, das. Piu, 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 Piu. die 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 im innenraum ja 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 quasi die beiden da ganz hinten so ungefähr vor uns ungefähr so auf 300 ach so ja 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 ja